Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Hab nicht Angst für die Schwere, für die Träubel, für die Fienden, für die, die die drehen, die schlachten zu werden. Hab keine Angst, weil der Herr ist mit uns. Und dann sagt die Bibel, sieh trü. Sieh trü, bottomdote. Für Jesus lohnt es sich zu leben und für Jesus lohnt es sich zu sterben. Alles handehebe. Den einen Stalt, der eine Meinung verhebe, der andere uns erreicht hat, nicht mehr vordere von diesem, von Janem. Alles handehebe. Für Jesus lohnt es sich. Weil es dann, sagst du, wieder am selben Versch, die Worte kreuen, du errichtet. Du wirst. Du hankommst, wo Gott die Worte kreuen, die Lebenskreuen gebe. Und das ist was ganz besonderes. Und es ist nicht bloß, dass Gott will, dass wir irgendwo verstorben am Himmel auf eine Art auf dem letzten Stuhl setzen. Die Bibel redet vielmehr davon, dass Gott uns will belohnen. Und das ist nicht bloß, dass Gott uns will, dass wir uns frei haben, dass wir uns frei haben, dass wir uns frei haben. Scheint uns ein Wort, dass tru ist. Und Herr, ich danke dir, dass du tru bist. Und wenn wir antru sind, dann verjaffst du uns immer, wenn wir treten nicht einkommen. Und ich danke dir, Herr, dass du die Krone hast vorbereitet für all die, die an diesem Leben leben. Ich bitte in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit der Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde am Mundo de Oe. Töp möchte mit dem Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info.jesusresponde.com